Warum hast du dich davon überzeugt? Ja, weil ich davon überzeugt war und ich habe das in Facebook gefunden. Dann habe ich Kontakt bekommen aus Deutschland und dann ist das alles so ins Laufen gekommen. Sehr gut, sehr modern, Freundlichkeit, also alles bestens in Ordnung. Ja, hier hat man halt alles in einem Haus und modernste Technik, das ist halt für mich das Ausschlaggebende, weil das hat halt normalerweise in Deutschland gar nicht was hier für Geräte gibt und so weiter und so fort.